Ja, die NEOS haben das Thema Leistung entdeckt nach der Bildung. Jetzt ist auf einmal die Leistung das Thema, aber es wäre natürlich auch einmal in der Bildung wieder Leistung gefragt, also dass man unseren jungen Leuten wieder Lesen, Schreiben und Rechnen beibringt und dass eine Leistung auch in der Schule wieder was zählt und nicht die ideologische Gleichmache. Also das wäre einmal wichtig. Aber jetzt zum Thema, was heute das Thema sein soll. Leistung muss sich wieder lohnen in diesem Land. Ja, aber dieser herbeiregierte Wohlstandsraub, der zurzeit stattfindet in unserem Land, der hat Ursachen. Und die Ursachen sind eine verfehlte Politik. Sie haben eine Corona-Diktatur aufgezogen, Sie haben eine Klimahysterie erzeugt, Sie haben uns in eine Energiekrise geführt, Sie führen uns mit Sanktionen gegen Russland in die nächste Krise, Sie geben die Neutralität auf und mit der illegalen Migration belasten Sie unser Land und auch den Arbeitsmarkt. Sie reden heute davon, es gibt 50.000, Herr Minister, Sie haben gesagt, es gibt 50.000 Geschäftigte mehr in Österreich, nur die Beschäftigten kommen nicht mehr nach, wenn Geld verdienen so schnell, bis sie sie wieder aus der Tasche ziehen. Das ist die Politik dieser Regierung. Also nach der Altersarmut kommt jetzt die Arbeitsarmut. Das heißt, die Menschen, die arbeiten, kommen mit dem Geld am Ende des Monats nicht mehr aus, obwohl sie 40 Stunden arbeiten. Und das ist die Realität in diesem Land. Und sie bedienen sich gemeinsam mit ihren Bundeskanzlern, dem Karl, den Großen und den Landesfürsten. In Kärnten ist es der Kaiser Peter als die Raubritter, die durch die Wohnzimmer der Österreicherinnen und Österreicher ziehen und dort die letzte Sparkasse auch noch plündern. Und das ist Politik aller ÖVP und Grüne, unterstützt mit allen anderen. Und die Einzigen, die da dagegenhalten, sind wir Freiheitliche. Das heißt, die Wahlentscheidung bei den nächsten Wahlen ist ganz einfach. Es gibt zwei Parteien, es gibt die Freiheitlichen und den Rest. Also Sie können sich draußen entscheiden, wer gewählt werden soll in Zukunft. Und es gibt natürlich auch Gewinner bei den ganzen, wo es Verlierer gibt, gibt es Gewinner. Die großen Gewinner sind die Staaten, die USA, die liefern Waffen, die sind die großen Gewinner. Sind die Chinesen, sind die Chinesen die großen Gewinner. Die reiben sich die Hände, weil wir unsere Industrie dorthin treiben. Und wir sind die großen Verlierer in Österreich. Und der dritte Gewinner ist der Herr Finanzminister. Der dritte Herr Kollege Böginger, wir haben die Menschen entlastet. Letztes Jahr 10 Milliarden mehr Steuernahmen. Ja super. Wenn es Ihnen auf der anderen Seite ein paar Groschen gibt bei der Streichung der kalten Progression. Danke Herr Kollege. Und auf der anderen Seite aber mit den Energiekosten, mit den steigenden, mit den Mieten, mit den explodierenden, den Menschen das Geld aus der Tasche zieht und der Finanzminister 10 Milliarden Euro mehr einnimmt. Und dann redet ihr von Entlastung. Das ist ja eine Verhöhnung der Bevölkerung draußen. Das kann ja keiner mehr ernst nehmen, was hier da von euch geht. Die, die am meisten belastet sind in diesem Land. Das sind die Menschen, die wirklich hart arbeiten. Die zwischen 1.200 und 2.200 Euro brutto verdienen. Das ist ein Jahresgehalt von 16.000 bis 30.000 Euro. Und dann gibt es die großen weiteren Gewinner. Das sind die Konzerne und deren Manager. Und jetzt schauen wir uns einmal die Gehälter von diesen Managern an. Das ist ein Manager in Kärnten bei der Kellag. Das ist das Monatsgehalt von dem Herrn Vorstand bei der Kellag. 46.000 Euro. Sechs Millionen Menschen verdienen im Jahr weniger als dieser Kellag-Vorstand von einem SPÖ-geführten Bundesland in Kärnten. Und die werden dafür belohnt, dass sie den Menschen mit explodierenden Strompreisen das Geld aus der Tasche ziehen. Und das ist Schäbe gegenüber der eigenen Bevölkerung. Und dann hier von einer Leistungsgesellschaft reden. Also, während die anderen Milliardengewinne machen, zocken die alle ab. Und ihre Freunde zocken mit ab. Also der Wähler und jetzt für die Bevölkerung draußen, damit alle wissen, was sie am Sonntag tun in Kärnten, abwählen bitte, FPÖ angreizeln, am 24. dann in Salzburg nächste Gelegenheit, diese Politik abzuwählen. Und dann kommt die Nationalratswahl. Das ist so wie Weihnachten. Wenn man auf Weihnachten wartet, ihr könnt es euch festkleben auf eure Sessel. Aber einen Tag schlafen kommt man immer einen Tag näher an die nächsten Nationalratswahl. Und wir freuen uns schon drauf und die Wähler auch. Und dann wird ihr abgerechnet. Danke.